Wir haben heute in Bremgarten eine neue Spritzflussmaschine erhalten. Die Maschine hat eine Schliesskraft von 1000 Tonnen und ein Schussgewicht von 5,2 Kilo. Diese Maschine ist hoch ausgerüstet und optimiert für die Produktion von unseren Produkten. Für den Transport wurde die Maschine in einzelne Komponenten zerlegt. Der Transport erfolgte auf 5 LKWs innerhalb von 2 Tagen. 2 LKWs davon waren Schwertransporte, einer davon sogar mit Überbreite. Die schwersten beiden Elemente wiegen 42 und 22 Tonnen. Insgesamt wiegt die Maschine über 70 Tonnen. Der Abplatz der schwersten Elemente auf LKW erfolgte mittels Hallenkran und speziellen Hebemitteln. Der Transport vom Anladeort zum Aufstellungsort erfolgte mittels Kissen. Die Montage und Inbetriebnahme der Maschine erfolgt in den nächsten drei Wochen. Aktuell betreiben wir in Bremgarten 28 Spritzflussmaschinen. Die nächste Maschine, noch ein bisschen grösser und schwerer, wurde gerade bestellt und wird in etwa 1,5 Jahr angeliefert. Meinblesmer aktiviert zur Maschine.